Mein Name ist Florian von Ahr. Ich bin verheiratet und habe drei kleine Töchter. Beruflich bin ich Rechtsanwalt und arbeite derzeit bei einer Südtiroler Bank und ehrenamtlich bin ich Bundesgeschäftsführer des Südtiroler Schützenbundes. Ich finde, Südtirol ist ein wunderbares Land, das gekennzeichnet ist durch drei verschiedene Volksgruppen und das stellt für mich einen großen Reichtum dieses Landes dar. Und ich setze mich besonders dafür ein, dass die deutsche Volksgruppe mit all ihren Vorzügen, all ihren Schwächen, auch all ihren Fehlern so erhalten bleibt, wie sie ist. Denn meines Erachtens, wenn der Herrgott sich was dabei gedacht hat, wenn er uns als Tiroler in die Welt gestellt hat, das möchte ich erhalten. Ich finde, diese Überarbeitung des Autonomiestatuts ist eine große Chance. Zum einen kann man alte historische Altlasten bereinigen, dazu zählt für mich eine gerechte Ortsnamengebung nach historischen Gesichtspunkten, sowie ein Schlussstrich unter die Frage der Südtiroler Aktivisten, wo ich mir wünschen würde, dass diese endgültig von ihren Strafen befreit werden. Auf der anderen Seite ist es eine große Chance, eine Zukunftsdiskussion zu beginnen. Da wünsche ich mir ein klares Bekenntnis zum Selbstbestimmungsrecht der Südtiroler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017